Ganz wichtig ist, dass er heute da ist, weil ich habe ihn kennengelernt beim Robert Roth Boogie Boogie Festival in Mierming. Und er ist der künstlerische Leiter des international, also weltweit, größten Boogie Boogie Festivals. Das findet jährlich in Frankreich statt, in der Roquebrue, heuer leider nicht. Aber er hat mich damals eingeladen, ohne ihn wäre ich vielleicht den Weg, den ich jetzt da gehe, mit Boogie Boogie und einem eigenen Festival, gar nie so gegangen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist, aus Paris, Frankreich, für Sie Jean-Paul Amourou. Danke. Vielen Dank. Ich spiele ein Tune von Memphis Linden, der heißt HTL Boogie Boogie, in der Referenz von Hot Cove de France. Hot Cove de France Boogie, HTL Boogie Boogie, mit dem Change of Key. Sehr wichtig. Musik 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 Merci J'aimerais inviter maintenant Marie de Boisson pour le duo de piano Et il y aura des danseurs également Marie tu prends ce piano